Hallo, du hast heute Abend noch nichts vor und möchtest bei uns mitspielen? Kein Problem, schreib einfach einen Kommentar zu diesem Video. Wer als erster einen Kommentar verfasst, ist dabei. Dabei ist es grundsätzlich erstmal egal, ob du schon mitgespielt hast oder noch nicht. Sollten bis 20 Uhr allerdings mehrere Kommentare zu diesem Video erschienen sein, so gewinnt der erste Kommentar eines Spielers, der noch nie bei uns mitgespielt hat. Ja, dann auf auf, viel Spaß, bis gleich.